Musik Sie ist doch kein Schwarzfahrer. Das ist mir suspekt. Nur weil er schwarz trägt. Musst nicht mal alle auf ihre Klamotten reduzieren, also wirklich. Ja, siehst du? Ja gut, das ist der blaue Träger, aber okay. Also irgendwann reicht's, ne? Der macht blau. Der macht blau. Machen sie blau von der Arbeit? Gott. Oder sind sie blau? Ja, weil er macht blau vom Ticket kaufen. Danke, dass sie so fünktlich sind. Huff. Ich glaube, mal durch, geh durch. Ja. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja, sie können eine Fahrkarte haben. Okay. Danke. Eine Fahrkarte. Oh, ich hab aus Versehen 36 Euro. Aha, dann wärst du Schwarzfahrer. Schön. Danke. Oh. Was denn? Ich schenke den Leuten gerade Geld. Sag mal. Ich hab mich verquickt. Eja, wir hatten ja schon erst Schwarzfahrer, ist schon wieder drin. Nein. Ja, ich hab, glaube ich, 20 Euro verschenkt. Nee, jetzt. Nächster Halt. Der hat auch verschenkt. Sag mal. Ja. Wie ist der los? Er zieht mich. Ah. Schön. Ha! Ich hab den Blinger korrekt gesetzt. Nächster Halt. 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 Oh. Absolut. Fünktlich. Danke sehr. Ähm. Es ist viel zu heiß draußen. Einfach. Dann zieh dich auf, Baby. Nein. Oh Gott. Sie brauchen Tag. Aha. Nächster Schwarzfahrer. Ja, ja. Das sind sie. Ich brauche eine Fahrkarte. Tag. Standard. Hier ist eine Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Ich will ein Foto meiner Katze. Ich brauche sie. 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 Was interessiert mich ihre Katze? Unglaublich. Kann ich bitte eine Fahrkarte? Nein. Nein. Ich war hier gerade fertig. Kaum? Die gerade alle bei den Fahrkarten? Ja. Danke. Warum steht der hier eigentlich? Setz dich doch hin. Wir haben hier drei Leute. Geht zu viel. Ja. Ich habe heute gespektiert. Wir haben drei Leute. Was? Wir haben drei Leute nebeneinander. Ich sitze alle nebeneinander. Die haben alle dasselbe an. Vielleicht haben sie denselben Verkäufer. Also denselben Designer. Und Zwillinge sind dabei. Uh. Zwillinge. Die genau dasselbe anhaben. Ihr erwachsen alter. Was ist denn hier los und hallo. Hallo Mappa. Oh. Mo Mobile. Hallo. Okay. Ja das Stück auf der Werbetafel. Ja ich habe es gesehen. Oh. Oh. Ich will hier raus. Ähm. Ähm. Ich will rein. Ich will rein. Huch. Ich will rein. Oh Gott, jetzt geht es mir wieder. Oh Gott. Oh Gott. Wie ist das denn passiert? Ich glaube, ich hatte ein Hallo. Ich weiß gar nicht, was gerade passiert ist. Hä, was war denn da los? Wo war sie nicht? Ich glaube, ich bin gerade gestorben, aber ich lebe wieder. Ich glaube, ich sollte nicht fahren. Bei mir passiert sowas glaube ich nicht. Ich weiß nicht, irgendwie ging das nicht mehr. Mama, hilf mich! Die kann mir auch nicht mehr helfen. Mach mal. Bleib hier! Die arbeiten noch für mich. Ich will wirklich schnell den Bus in meiner Fahrt. Nein! 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 Huch! 6.000! 6.000! Ja, Papa, das ist ein anderes Spiel. Wir spielen diesmal den Bus Simulator 18. Da können Ryan und ich zusammen spielen. Das können auch zwar bitte nur mitspielen, also... Ich habe gehört, wie kauft sich das auch nachher? Ich glaube, da kriege ich Angstzustände bis dahin. Nein! Nein! Das... 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 Nein! Ich glaube, die erste Phase war mit am besten. Hä? Hä? Bei mir gab es keinen Minus. Also jetzt... Äh... Oh! Oh! Äh... Oh! Oh! Ähm... Vater brechen! Na, cool! Was? Mitkommen! Ah! Das wird... Das wird super! Das wird super! Gib uns ran! Okay! Nein! Nanananananana, nanananana. Nanananana. Nananananana. Nanananana. 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 Da sind Menschen drauf, die gar nicht drauf sein dürften. Ach! Was? Ja, es geht gerade keiner durch die hintere Tür. die kamera lügt hier ist die fahrkarte kinder von einer anderen mutter das ist ja noch vor ich blinke doch du arsch fahr einfach auf dem bürgersteig ich weiß nicht dein arme oh echt echt staffel 15 ist draußen auch wie geil was ist passiert was ist passiert was ist passiert ich muss es wissen wir sind immer noch nicht weiter gefahren nein ich kann ja auch nicht weißt du eigentlich dass dieser staub ist das den buck du ziehst ich hoffe ich kann jetzt nicht da vorne fahren also ich werde ja schon über den bürgersteig gefahren noch läuft die zeit unten nicht noch sind wir an der bus zur stelle da passiert auch noch ganz ich wollte gerade sagen ich wollte gerade sagen wir jetzt mal gucken gehen ja genau genau ich auch ich auch ich ich auch ich 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 Ach du, äh, nix, nix. Okay. Mit den Spiegeln werden ganz komische Dinge angezeigt. Ach, jetzt geht das hier vor dem Flüger los. Geht doch mal weg, ihr scheiß LK-Wies. Ja, fahr rein, fahr rein, fahr rein! Oh mein, nein! Das darfst du dann wieder machen. Okay. Also, du hast ja noch einen neuen Star. Du bist doch gar nicht schlecht dabei oder so. Sind wir mal da? Nein. Das stinkt ja nicht so. Ich hab den Bus gerade sauber gemacht. Wenn sie pupsen, ist das ihr Problem. Ähm. Er hat gesagt, hier stinkts. Sie kommen hier nicht durch. Sie kommen hier nicht durch. Das ist nämlich die perfekte Parkposition. Oder er hat sich... Ja. Oder er hat gepupst. Oder er hat sich nicht gewaschen. Oder gepupst. Na Gott, haben wir einen sexy Bus, ey. Richtig sexy. Die Leute überhaupt einsteigen, ist ein Wunder. Hier. Hier. Wo hab ich denn... Ah. Irgendwann reicht's. Ach, tut mir leid. Ich muss verloren. Wir haben einen an den Sack... Ich fühl mich gerade so verraten. Ich... Ich... Wir haben einen an den Sack-Eiern. Ja, bitte. Hier. Ähm. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Hier. Oh, okay. Ich wollte eigentlich nur sagen, ich hab den an den Eiern, aber... Ja. Mhm. Weißt du, was auch noch gruselig wäre, wenn ich hier so sitze und mich dann umdrehe und dich dann angucke? Oh Gott. Hahaha. Oh Gott. Oh, das ist so gar keine Animation, das ist so ein bisschen... Weiß ich nicht. Das ist irgendwie noch gruseliger. Ich habe hinten Augen. Oh Gott. Sie sind versteckt. Mit meinen Haaren. Oh Gott, sie ist unheimlich. Hey. Wieso? Das nenne ich guten Service. Ich verkommen normal. Was? Du meinst, war kein guter Service? Ihr Bannausen. Ich verkommen normal. Oh nein, ich bin eingeschlafen. Ist so unnormal, dass du mich magst. Hahaha. Wir haben meine Fahrkarte schon gesehen. Ich muss halt nur aufhören. Hier, bitte. Nein. Wieso? Äh. Naja, nicht, dass ich die Leute noch verstöre. Na klar, hier. Nein, das kannst du gar nicht mehr. Wie oft wollen sie die denn noch? Na klar. Ich glaube, alle, die jetzt gerade im Chair talken, sind verstört genug. Nächster Halt. Nein. Ja. Sie gucken mir seit über einem Jahr zu. Ja, sie sind verstört. Ach. Oh Gott, ist dieser Donut lecker. Ach, du geiler Donut. Ja, das ist so eine lecker geile Füllung. Hm. 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 Das solltest du nicht im Stream sagen. Hahaha. Habe ich aber. Und nun? Ja, ich weiß. Hahaha. Das endet wie vorhin bei mir. Ich sag's dir. Ach, schön, schön. Ach ja. Ach ja. Machen sie da? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sie sind eine Zauberkünstlerin. Stockerplan. Oh mein Gott. Aber keine Schuhe. Wo haben sie sie gekauft? Hahaha. Ey. Wie unhöflich. Wo haben sie sie gekauft? Ja. Oh, kann ich hier so ein Fahrrad nehmen? Ähm. Ähm. Okay, ich fahr da mal weiter, ne? Ne, ne. Ne. Nochmal will ich nicht zu Fuß rennen. Oder? Ich weiß noch gar nicht, wo wir hin müssen. Ich hab die Route zwar gemacht, aber ich hab keine Ahnung, wo wir hin müssen. Und deine Fahrkarte haben. Ja. Das ist schlecht. Hahaha. Ich hätte ja nicht gedacht, dass es stimmt. Aber Christina. Ich warte am Ziel auf dich, warte. Hahaha. 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 Hat keinen Plan, wo das Ziel ist, aber hey. Hahaha. 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 Ach shit. Hahaha. Hahaha. Ich bin schneller als du. Ich bin schneller als du. Ich bin schneller als du. Das ist ja auch nicht schwer. Naja. Ich hab auch schon losgerannt, wo ich noch stand. Ich hab auch schon mal mit. Oh das ist aber ein Sekt, die Bus. Ja, mit dem möchte ich gerne mitfahren. Hahahaha. Hast du dir das sicher? Ja. Ich glaube, die Endstoss gibt's nicht mehr mitfahren. Hahahaha. ich habe mich gesprochen sie wollen dass wir mit der firma expandieren ein paar neue leute unsere bemühungen haben sie eine provision angeboten und die genehmigung erteilt das streckennetz auf die gesamte region nördlich des stadtzentrums auszuweiten wenn wir unser ziel erreichen wollen sollten wir langsam neue busse kaufen auf in den busladen ok gut kaufen wir den hier bus bearbeiten ok den machen wir in dem machen wir in dem stil skins warum denn immer pink nochmal punkte hat mir gar nicht schon ja aber ja jetzt kommt was anderes mit drauf ein schwert was niemand sieht außer die von oben ja aber wir fühlen ihn noch kann du kannst es auch auf die seiten machen ja dann gerade dabei so die deutsche post wir spielen jetzt die deutsche post das ist ja meiner da will ich das nicht haben ach so der will ich den hier haben ach schön das sind das sexybosse okay was ist jetzt huch huch stelle einen neuen fahrer ein ich bin doch schon da Okay, du nimmst die Strecke heute die Polter. Ach nee, ich muss ja... Ach nee, ich muss ja... Warte. Muss man dann den kompletten Dingseln? Dingseln da? Dingseln da? Was? Du musstest mal einen neuen Fahrer einstellen. Okay, warte. Ähm... Warum wollt ihr alle so viel? Ich mag fröhliche Menschen. Geht im Winter gerne Eis angelt. Dein Karpfenteich im Garten. Versteckt sich, wenn eine schwarze Katze mit einer Zebra... Oh ja! Du musst sie ganz ernst nehmen. Katze ganz besonders, den brauchst du. Oh ja. Gut, der brennt zwar weg mit schwarzen Katzen, aber hey! Gut, du kriegst den Bus. Ah, schön. Ne, wir einkommen auf einer Strecke mit einem Fahrer. Okay. Koop-Fahrt. Was gibt's noch? Es gibt Konvoi? Mitfahren? Was gibt's noch? Äh, schnellstreck. Der erste Spieler muss nur an den Schlüsselhälterstellen der Rundfahrt halten. Gerne müsst ihr an jeder Haltestelle halten. Kommt euch nicht in die Quere. Hä? Versteh ich nicht. Ne. Ja, wie du möchtest. Wir können auch Konvoi machen. Okay. Musst du auch Konvoi einstellen. Genau. Und dann... Ich glaube... Es könnte witzig werden. Je nachdem, wer... ...ähm... Ah, du bist vor mir. Super. I love it. Okay. Und was muss ich machen? Die Leute reinlassen. Muss ich? Das wäre von Vorteil. Eine Fahrkarte, bitte. Wo sind denn hier zu viele Leute? Willst du mich verarschen? Sie versperren die Tür. Wieso nicht viele Leute? Danke. Eine Fahrkarte. Klingt aber nicht wie ein alter Sack. Ich brauche eine Fahrkarte. Bist du schon fertig? Hat der schon vorweiter. Achso. Also du musst weiterfahren. Sag mal. Komm hier in die rein, du Pimpf, ey. Steht da vorne, wird noch irgendwo jemand? Du hast dich schon alle eingestiegen. Die sind schon alle eingestiegen. Ich glaube, das macht erst dann Sinn, wenn wir... Ne? ...die alte Stellen etwas ausgebaut haben. Ach, das ist jetzt auch lustig. Eine. Ich fand dir lustig. Ich bin jetzt die Deutsche Post und du bist jetzt... Ich bin die Deutsche Post. Ja, ist so. Ich fahr nach dem Bus mit dem Postding dran. Hey, ich kann hier einfach weiter... Stimmt, du könnt einfach weiterfahren. Hey! Äh... Und dann wärst du die Leute rein. Ja, könntest du. Wäre aber, glaube ich, nicht so gut. Ich hasse die Werbepausen. Ich habe Levin halt, ne? Ich komme irgendwie immer genau da. Ich bin weitergefahren. Ja. Okay. Ich habe eine Halsestelle ausgelassen, ja. Ich lasse einfach alle Halsestellen aus. Ich glaube, ich habe gerade ein UFO gesehen. Oh, der Club dann tatsächlich ein UFO gesehen. Oh, nee, die nehme ich immer mit. Einzellend, joa. Ach, schön. Du bist 0,2 Kilometer von mir entfernt. Eine Fahrkarte, bitte. Ja, joa. Ah, schön. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ich sehe dich auch... Ich sehe euch auch in den dunkelsten Ecken, meine Leute. Ich sehe euch. Eine Fahrkarte, bitte. Eure schwarzfahrfähigkeit... Die Nächsten... ...soll der nächste Bus mitnehmen. Okay. Das ist schön, danke. Ja, das wurde mir hier gerade mitgeteilt. Deswegen... Das stand bei mir auch. Oh, ich hätte... Ich muss nochmal zurückfahren. Ja, hoppla. Was? Oder? Naja, wenn... Ich kann irgendwie nicht weiterfahren. Hat er... Da war hier ein LKW. So, da keiner hier halten möchte, nehme ich die einfach mit. Super. Schön. Was hast du so gemacht? Warte, ich bin im Konvoi gefahren und alles übersprungen. Noch einen Tag, dann habe ich endlich frei. Nicht alles. Nur das meiste. Um 70 Prozent. Huch. Oh Gott. Ah ne, ich bin doch noch nicht vorbeigefahren. Gut. Ich wollte gerade gemeint sein. Nein, Luna. Warum holen die sich bei mir Fahrkarten, wenn da ein Ticketautomaß ist? Eine Fahrkarten. Ja, weißt du nicht. Weißt du, du beschwer... Jetzt beschwerst du nicht, aber ich kaufe voll nicht, oder was? Ah. Ist das schon Mobbing? Nein. Auch wieder nicht. Oh, du bist aber weit entfernt. Wollt ihr in den Voice gehen und rufen, achten Sie mal auf die Geschwindigkeit, ist mir grenzig und wieder glied. Nein! Oh scheiße, 1400. Ich bin gegen der Zernmast gefahren. Aha, aha, ersten 120, aha, aha, ja, ja. Ich sehe schon. Ach, so, ja, ich bin da. Warte auf dein Mitspiel, Okki, warte. Whee! Ja, ja. Ich komme dir entgegen. Ja, ja. Ich sehe dich, ich habe deinen Bus gesehen, kurz. Warte, lass mich einsteigen, lass mich einsteigen. Hey, du bist nur kaum ein Kilometer von mir weg, was willst du? Lass mich einsteigen. Lass mich einsteigen. Du siehst mich doch nicht mal. Lass mich einsteigen. Ach, da, hoch, da ist tatsächlich eine Ampel. Ah, nee, nee, du bist... Oh, hey, wo bist du? Ich stehe in einer Kreuzung. Oh, meinst du braun, das fährt nicht jetzt? Oh, schön, schön. Ah, das ist doch doof, ey. Schön. Gott, ist dein Bus voll. Servus. Ich brauche ja auch eine Fahrkarte. Könntest du bitte deinen Arm aus meinem Gate nehmen? Luna, also wirklich, ich muss sie hier im Bus furzen. Warum machst du so viel coolere Sitze als ihr und viel cooleren Boden? Oh mein Gott. Weil du den Bus nicht holst. Ey, was ist denn? Wie oft. Sie haben meine Fahrkarte. Wie oft. Wie oft. Wie oft. Aber wie oft. Kled mágrade. Echt. Hammer. diffusion. Also irgendeine. Horst. Ich habe... das. Ich. Ich hab' Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Was denn? Was denn? Machst du die Tür auf? Wie geht das? Machst du die Tür auf? Machst du die Tür auf? Wie geht das denn? Das sag' ich dir nicht. Wie oft freuen sie dir der Nutzung? Komm weg. Was schlägst du dich da heute an? Du stehst von der Hintestelle ey. Absolut pünktlich, danke sehr. Huch. 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 Oh. Oh. Huch. 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 Guck. Huch. Huch. Und sehe ich jetzt, wie viele Gäste wir transportieren? Das siehst du doch, glaube ich, gar nicht. Aber das ist doch... Das ist doch... Das ist doch... Und Fälle... Doch, wir haben 130 von 180, wenn du drauf gehst. Siehst du das? Ah, ja, stimmt. Okay. Äh, dann nehmen wir mal wieder heute die Polter. Koopfahrt. Wir sind dann wieder... Und wir machen mal... Machen wir mal realistisch. Mitkommen? Okay. Okay. Oh Gott. Das wird nichts. Das wird nichts. Ja, du fährst, ne? Das wird nichts. Was? Ja, du fährst, ne? Nervend. Moin. Okay, warum fahr ich nicht? Warum fahr ich nicht? Äh, Feststellbremse. Mach mal der Tasse. Soll ich mal? Warte mal, ne, ich muss das ja irgendwie... Warte mal. Ich weiß auch nicht. Guck mal an der Seite oder so. Das sind auch noch ein paar Knöpfe. Ist das Fenster? Ja, die muss gelöst sein. Ja, ist so, glaube ich. Ja. Nee, das sind nur Licht, Fernlicht, Fahrzeuglichtschalter, Fahrertür. Äh, guck mal, ob bei dir... Ah, 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 ah. Oh, ah, okay. Ich geh schon nach hinten. Ich geh schon nach hinten. Perfekte Halterposition. Sehr gut. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja, was brauchen Sie denn? Nein. Einzelstudent. Ich habe dein Hintern. Du kommst nicht rein. Du kommst nicht rein. Oh, ich habe mir zu viel Geld gegeben. Ah, jetzt wächst schon wieder super an. Du hast gesagt, ich soll fahren. Ne, du wolltest fahren. Jetzt bin ich gespannt. Aha! Ich steh genau hinter dir. Nächster Halt, Stockerplatz. Stockerplatz. Da wird immer gestockert. Was habe ich denn diesmal mitgenommen? Da war doch gar nichts. Oh, 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 oh. M, M. Ganz vorsichtig. Ah, schön. Ja, und sonst, ne? Oh, ich glaube, ich bin falsch rumgefahren. Ähm. Ja, ich, ja. Egal. Ähm. Ähm. Was passiert hier? Eigentlich wollte ich rückwärts fahren, aber irgendwie funktioniert das. Du musst auf R stellen. Auf R. Da wo D, N und R steht. Stell ich auf R? Weiß ich nicht. Aufdrücken? Aarbeten? Du musst auf Richtung. All lot. Du musst aufhören. Ernst겠다. Und zwar ein bisschen nachsensiv. Ach, wenn du Angst hast. Bis zum nächsten Mal.